Hey, kannst du Deutsch nicht mehr machen? Hey, das gibt's doch nicht. Okay, die Käfer hat einen Fehler gemacht, aber ich bin Dritter! Endlich! Warte nochmal, endlich! An derselben Stelle wie letzte Runde werde ich wieder Erster, wenn ich die beiden jetzt... Oh Gott. Hallihallo ihr Lieben, seid jetzt willkommen zu einem weiteren GTA Online Custom Map Rennen. Und zwar haben wir heute ein Rennen mit dem Verlierer durch den Windmill-Pakord zusammen mit Mabossa. Warum stellst du dir jetzt schon Deko vor? Hallöchen! Hä? Achso! Den Deko? Hallöchen lieben Jungen! Da sind wir wieder bei GTA Online. Und wir haben schon gesehen, wir spielen mit dem Verlierer. Das ist, glaube ich, ist das ein Wiesmann, Getty Rhodes, oder soll das vielleicht sein? Aber er brummt schön. Weil ich meine, wir den deutschen Namen dafür machen, vielleicht liegt das dann an, weil die Pleite gegangen sind oder so weiter. Er hat zwar einen geilen Sound. Ich finde ihn auf jeden Fall, ich habe gestern in einer Tiefgarage einen gesehen, ohne Spaß. Genau den hier. Aber wo man was übernommen wurde? Oh! 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 Dankeschön, Deko! Platzierung kommen Sie jetzt! Nein! Es war so knapp! Stimmt, die Platzierung ist jetzt in der anderen Rente. Dankeschön! Haha, gerne! Sag ich danke! Oh! Ich muss hier durch! Nein! Ich muss hier durch! Ich komme nicht durch! Fuck it! Wann wird die Platzierung nach rechts angezeigt? Nein! Das ist neu! Es gab ein neues Update! Oh fuck! Da hat dem Cunning Stunts oder so. Oh! Anscheinend! Also ihr habt einen guten Vorsprung hier gerade! Na, bist du, welche Farbe bist du? Oh! Ey, ich bin gelb! Ich bin gelb! Ja, alles klar! Ja, du hast deinen Vorsprung! Ich zeig's euch! Oh, scheiße! Direkt am Ende hat er mich erwischt, lol! Ja, Mann! Alter, das Rennen ist voll überhitzig mit diesen... Mit diesen... Alter, drehen sie mich die ganze Zeit! Ah! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Scheiße! Hey, sport man irgendwie... Resport man irgendwie schneller? Ich hab das Gefühl, man hat resport in der ganzen Ecke schneller! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ja! Wow! 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 Wahrscheinlich! Okay, Leute! Wir müssen unbedingt mal was halten! Wir können doch nicht letzter bleiben! Das kann ja wohl nicht sein! Ja, ne, ne, ne! Oh, jawohl! Und... So viel zum Thema letzter! Nein! Ich war guter Erster! Mann! Hey! Ey, man spawnt richtig viel schneller! Ja, ja! Eben, mein ich ja! Voll das geile Update! Nein! Mann! Nur ein Scheiß-Update! Oh, please! Wow! Alter, Kev! Du bist weggeschlagen, Mann! Ich bin weg! Wow! Autsch! Autsch! Ei, 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 ei! Aber Windrad war immer Dicos Stärke! Nein! War immer meine Schwäche! Was? Echt? Ich bin Zweiter? Ja, wir hängen hier noch! Oh Gott, endlich! Oh! Ja, 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 ja! Fein! Digga, ich fahre mit so einem zusammengematschten Auto! Oh, fuck! Es sieht gut aus! Nein! Scheißteile! Wow! Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Oh Gott! Ja, das gibt's doch nicht! Ich muss mir die Lautstärke anpassen, ja! Gefällt mir hier gar nicht! Gefällt mir hier gar nicht! Gefällt mir nicht hier! So! Hopp! Oh Gott sei Dank! Ich bin Dritter! Ja! Alter, ob ich hochgeschleudert werde! Nice! Und jetzt muss Beko ein bisschen Pech haben! Wieso bin ich letzter? Wieso? Wieso? Da vorne ist Käffler! Ich seh ihn immerhin noch! Ey, ich werd von 27 Windrädern hier erwischt! 27! Counted! Ey, das ist er ja schon! Ey, ich bin jetzt erst in der zweiten Runde! Ich glaub, ich bin ein bisschen zurückgekommen auf einmal! Ich bin schon zum Treppen bei der Gegend gefangen, Alter! Ich bin ernst! Und Marvin fährt einfach durch! Herr, warum war da ein, 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 ein Leuchtfeuer? Da war grad so ein Leuchtfeuer! Wär das abgeschlossen von euch? Ich? Ne, das war Pink! Das war von Beko, glaub ich! Nein, das ist Marvin hier! Ich hab Pink! Ich hab Pink! Nein! Ich hab ihn bekommen! Ich hab ihn bekommen! Nice! Deco! Nein! Ich hab den Käff fast eingeholt! Was ist denn da weit oben? Aber die Kameraführung hat sich auch verändert, Jungs, oder? Oho! So ein bisschen schon, ja? Also die Kameraführung ist ganz anders geworden! Ich bin schon zum fünften Mal am Stück für das Scheißlusserde! Aber Leute, die können wir häufiger Sportwagen fahren! Ich find das voll cool! Nein! Die sind so ein bisschen, weil sie nicht ganz so krass sind Die sind irgendwie auch, glaub ich, ein bisschen unterschiedlicher So die einzelnen Wagen und so Nein! Und den Wiesmann finde ich voll nice hier! Vor allem der Verlierer, Alter! Der wieder ausschert! Ja, der ist voll nice, der Verlierer! Wo war das knapp! Der Wiesi-Money! So weit! Uiuiui! Ich werd schon wieder erwischt! Nein, wei, wei, wei! Nein! Ich hatte ihn! Oh man! Ich hatte ihn! Ich hab endlich wieder! Oh! Ist der die Erste? Ist der die Erste? Ich hab mich erschreckt! Hab ich mich erschreckt! Er ist erschrocken als ich höchstens, mein Lieber! Hey! Kannst du Deutsch nicht gelaufen? Nein! Ich hab dich gleich vor! Die Kämpfer hat einen Fehler gemacht! Ich bin Dritter! Endlich! Wann dann nochmal! Endlich! An derselben Stelle wie letzte Runde werde ich wieder Erster, wenn ich die Beine zu bau- Oh Gott! Fuck! Komm schon! Komm schon! Wir sind wieder am Start! Ja! Wahrscheinlich! Wahrscheinlich! Ich kann es schaffen! Nein! Nein! Ich muss respawnen! Das glaube ich nicht! Das glaube ich nicht! Was? Wir haben noch eine dritte Runde! Ähhhhh! Na gut! Nein! 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 Das war nichts! Es wurde was! Es wurde was! Ich hasse Windräder! Und jetzt! Und jetzt! Und jetzt! Zeigen sie dir, dass sie mich lieben! Oh mein Gott! Der ist mir durchgekommen! Ja! Es ist so heftig! Nein! Ich habe so ein Pech! Ich werde hier die ganze Zeit erwischen! Oh! Ach! Nein! Na du bist schon ein Punkt vor! Es ist zu Mäuse-Maken! Da war der Dena! Ich war doch so verdammt! Oh! Da ist Dena! Nein! Alter! Ihr braucht ein bisschen Pech! Tschüss Dena! Scheiße! Und da geht er weg! Ja! Finde ich gut, dass du dich noch verabschiedet hast! Aber ne? Oh shit! Das ist eine gute Maniere, muss man ja sagen! Okay, dieser erste Stunt, der ist geschenkt für euch, Leute! Der! 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 Wer sieht schon das Ziel, ich bin immer noch mal bei der Halfte der Strecke, Leute! Nein! Nein! Oh, irgendjemand hat da einen Fehler gemacht! Pvtú! 05! Ja! Nein! Laisses! Da kann ich nicht wahr sein! Nein! 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 Aí, Maan! Nein! Ich hab die ganze Zeit die Chance! Mal in Chopper durch! Khanna! N provider! Jetzt ist zu llama Dieter vor mir schon wieder! Nein, was ist das? Nein, oh Gott, das ist so knapp, das ist so nix, das ist nix Nein, das kann nicht passieren Nein, 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 nein Was ist da los? Komm schon, dann nix der Wo fährt er hin? Erster Platz Komm What the fuck, Alter Alter, was ist das? Und ich kann mein zweites rein Nein, ich wollte auch... Wie krass, Leute Nach 400 Folgen GTA mal So ein Sieg hier, das war mit dem Styliere auch noch Lieb ich, Junge Oh Mann, ey Was kann ich denn auf Calula machen? Ich beende mich, du auch nicht Scheiße Da bin ich aber gefallen Wir werden jetzt erst recht gut dreckiger Zuglauch, Alter Nein, scheiße Ich hab voll verstanden Das war ein mega-nachs-Rennen, Leute Alleine, weil das hier schon gefallen hat Oh, so ein Pech gehört Junge, was hat ich mit Pech, Alter Aber so gehört das dazu beim Windrad Es macht Spaß bis in eine halbe Sekunde, nur bis zur nächsten Runde Da sind wir wieder zurück Mit einem Death-Run-Fun-Go-Fast Und konnten die getümte Party auswählen Ich weiß nicht genau, Motorrad-Rennen oder zu Fuß-Run Oh, ich hab dann wieder 10.000 gewählt Ich hab beim letzten Rennen 4.000 gewonnen Ich setz immer 10.000, bei jeder Aufnahme Dann verliere ich Millionen Und bekomme alle paar Jahre mal 4.000 Sicher, dass das zu Fuß ist? Ich glaub Motorrad, ne? Wir anfangen hier sieht nach dem Motorrad aus Ja, also wir fahren erst nach dem Motorrad, okay Mit meinem... Tobi... Alter Alter Ja, ich bin schon beim nächsten Checkpoint oben auf dem Dach Hey, hey, beruhigt euch, ja? Beruhigt euch! Also das sieht nicht nach einem Run aus Das möchte ich nur mal sagen Es sieht auf jeden Fall auch nicht nach einem Death-Run aus Aber wer weiß, vielleicht wird es ja noch etwas Wuii! Hoppa! Hoppa! Und... Machamba, la bala la 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 Ich bin dem нами, seinen Lyrics immer so geil Machamba, Balamba, Kajkamba Wie? Original Wohin geht's denn hier lang, ey? Wo fahren wir denn hier haben? Mal schau, dass die Gema nicht kommt, Alter Alter, die Gema... die hat mich schon zweimal verklagt Egal die Gema zahlt ihm was, weil er so gut singt Ja... Was war das denn? Hey, wo gehst du hier hin? Oh, okay, Daddy ist vorne Oh nein, nur weil ich den Punkt verpasst hab. Was ist das denn hier? Wie geht's zu dem Punkt denn hin? Äh, ja. Nein, das kann nicht sein. Ich war ganz vorne mit dabei und jetzt bin ich jetzt da, weil ich nicht weiß, wo der Punkt war. Ja, wir trollen uns hier gegenseitig. Oder beziehungsweise wo ich gestoßen wurde. Ah! Aber ey, guys, hier wiederum ist unten rechts die Platzierung wieder anders, ja? Ja, ich glaub das ist, je nach, ey guck mal. Dekola? Heute ist mein Pechtag. Dekosan? Heute mein Pechtag. Oh, wo fährst du denn denn Deko? Ich muss nur... War das für eine Abkürzung oder wie? Oh, komm schon. Jetzt steh mal auf uns, zeig mir auf dem Rotor und zeig mal wie du fahren kannst, mein Lieber. Traut ihr euch da vorne überhaupt eigentlich? Ja, nein. War wie ein Tryhard nach vorne. Aber ich hatte den Punkt schon, ich müsste nur respawnen müssen. Easy. Wo seid ihr denn? Scheiße. Ich bin ja gleich wieder neben dran, hoffentlich. Hello, guys. Wieder rüber. Deko ist... What the fuck? Oh. Yes. Was? Was bin ich? Ein schöner Mensch. So. Ich bin mir gar nicht sicher, wie man eine Prüfung nehmen soll, weil irgendwie es sind zehn verschiedene Sachen. Was haben wir denn für nice Musik hier? Auf, 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 auf. Ja, kriege ich. Das ist ja nice. So, mein Ziel ist jetzt in dieser Folge wieder kurz eine Dame zu klären. Aber dann muss ich kurz absteigen. Ich muss erstmal eine finden. Alter, das würde ich nicht tun. Wir kommen schon hier. Hey, doch, Marvin soll dir was klären. Ich kläre mir kurz eine Dame, ja? Warte. Ich muss aber erstmal eine coole finden. Marvin macht dann immer die Schmarrn, aber auch viel größer. Aber wie gesagt, ich muss erstmal eine nette Dame finden. Aber ich glaube, Marvin ist noch gar nicht, wir sind noch gar nicht so nah dran an Marvin. Ja, ich bin auch noch fast, fast, fast direkt bei euch bin, Leute. Ja, kein Ding. Er fährt hier schon durch die Gegend. Wuuu. Beko, wenn jetzt mein Motorrad vom Himmel kommt, dann weißt du, da läuft. Zweite Runde, Guys. Zweite Runde. Okay, ja. Eigentlich müsst ihr diesen letzten Bonus haben, dann müsst ihr eigentlich so ein bisschen schneller sein. Wuuu. Eigentlich schon. Da sehe ich euch auch einen. Da sehe ich wieder einen. Wenn hier irgendwo ein G ist, aber eigentlich nur. Ich fahre da ab. Ich fahre da ab. Scheiße, ich muss gleich die Geilo Power zünden. Was für eine Geilo Power? Nicht, Alter, wenn ich jetzt gestorben wäre. Nein, Geiler Energy. Geilo Power kommt, wenn Cap'n Auto-Energy. Geilo. Dass er so geil mit Geilo Energy gebe, Alter. Der ist echt fresh. Ja, musst du mal rausbringen. Geilo G, ja. Muss mal raus, wenn jetzt hier ein Energy-Hersteller da ist. Oh fuck. Ihr könnt eigentlich copy-pasten, hier Red Bull zuckerfrei copy-pasten. Einfach Schild draufkleben, Geilo G. Geilo Energy. Geilo Energy. Ja, das hört sich gut an. Ey, wo ist denn hier eine Lady, bitte? Marvin, die laufen vor dir schon weg. Nee. Ich bin gefürchtet. Marvin ist ein mieser Molester. Wo ist denn hier bitte noch über längs fahren, bevor ich wieder bei euch bin? Bin ich wirklich so sch... Ich bin jetzt in der zweiten Runde. Das kann nicht sein. Wie viel Raum ist denn weg von euch? Ultrawiden. Wenn das ein... Geht so? Ja. Also mich könntest du nur dran kommen, wenn ich richtig Hass fehle. Achso, das ist ne Rampel. Cool. Das hört sich genau direkt an. Das hört sich ja super an. Wer hat was übersprungen? Wer hat was übersprungen? Wer hat was übersprungen? Böswillig. Anus. Bitte was? Yo. Anus. C. Anus. Oui. Anus. B. Anus. Ja, bitte. Fahr, 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 fahr. Wir kommen nicht zu dem Punkt. Ja, das ist ja ganz logisch. Wollen sie Nuss? Ja, bitte. Bitte was? Ja, wollen sie Nuss haben? Ist da ne Lady? Ja, wieder nicht. Der ist ja nur fast so schlecht, der sich anhört. Ey, kann sein, dass... Das ist der Punkt, Leute. Warte mal, die ist vorgefallen. Oh, da ist eine. Ey, darf ich irin? Ah, das steck ich fest. Bitte? Bitte? Wir bauen ein Radio, Leute. Sonst kann das hier nicht bauen. Hopp. Die Frau hat ihre Tage. Juhu. Nein. Ich muss schon wieder Resport. So, wir fahren weiter. Aber es wird sich nicht getrollt, hab ich das Gefühl, oder? Ja, ich erwische Marvin gar nicht. Der ist so weit hin. Hallo, die Frau dahinten, die hat... Alle nur am Tryhard, du. Marvin ist so weit vorne. Also, ich weiß nicht, was er heute gefrühstückt hat. Ein paar Potenzfilme. Ein paar Tryhard-Kontext. Boah, ich hab richtig gefailt hier, Alter. Deko konnte sich wieder aufholen. Komm schon. Spring gleich in dein Arschloch. Also, ich mach nicht mehr allzu krasse Fehler. Im Moment, aber ich bin noch nicht supergut. Deswegen ist das... Was ist? Gerade ein bisschen schwer noch irgendwie zu bekommen, was ich bekommen möchte. Und... Wie geil, spannend wird zwischen Deko und mir. Und immer macht Marvin die spannenden Szenen kaputt, Alter. Wieso macht das Szenen? Es war so ein Fight zwischen Deko und mir. Wer erster wird? Szenen. Erstmal, ey. Ey, guck mal schon wieder. Zweimal krieg ich den... Ey, Marvin, wirklich? Wirklich? Was ist denn los? Ey, Junge, das glaub ich immer nicht. Wer hat dich hier gerade beschert? Ah! Ah! Alles wird besser! Und schon die dritte Haft vor meinem Gesicht, Alter. Alles ist gut, solange du fehlt bist. Ich merke das. Ey, du bist totes! Ehe nicht! Ich mach hier überall, ne? Wo seid ihr, Mann? Ja, nur, dass ich die ganze Zeit Zweiter bin! Ich hab den schon wieder... Wie ist das die Polizei da? Wer hat die Polizei gerufen von euch? So, dahin ist das Ziel? Ja, ja, ich seh auch schon das Ziel. Gar kein Problem. Ja, genau! Was ist da denn passiert? Oh, Mann! Warum auch immer. Ey, der ist so behindert, ne? Oh nein, Gelb! Marvin ist so ein Wichser, wirklich. Nein! Marvin! Er hat... Läu! 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 Deko, obwohl du respawned bist und geblinkt hast, hast du mein Motorrad umgestoßen. Wie geht das denn? Genau, und dann fahren sie ja noch einfach ins Ziel, ohne dass ich da bin. Ey, Junge, heute ist echt nicht mein Tag. Deko respawned, blinkt, er wirft mein Motorrad um und er kann weiterfahren, oder was? Alter, Leute, schaff ich jetzt noch ein Ziel, oder nicht? Ich drehe durch. Es ist nur zwei Punkte. Ja! Oh, komm Junge, fahr, fahr! Noch zehn Sekunden! Mann, ich fahr wirklich die ganze Zeit nur diese scheiß halbe Minute. Oh, oh, oh! Oh! Nein! Oh nein! Oh, ich hab's, glaub ich! Hat er das? Ja, ich hab's noch bekommen, glaube ich. Oh, ne kleine gibt's, glaub ich, noch hinten gerade. Aber wegen diesem eigenen Fehler einmal, war ich die ganze Zeit vier Minuten hinter euch. Ei, ei, ei. Ich bin 30 Sekunden hinter euch, das kann doch nicht sein. Das ist crazy, man. Bitter, bitter, böse, Alter. Also bis gleich bei deinem letzten App. Der letzten App, Leute, das zeig ich dir nochmal. Das ist klar. Zum Abschluss gibt's heute noch mal was feist mit dem T20. Geht ihr und... Oh, lachen wir mit denen. Oh, der sieht sexy aus. So, das wird die Freshers von Slide War Ride. Ihr wisst Bescheid. Yeah, yeah, yeah. Stehen bleiben, Beine breit, Ausweis dabei. Hast du was dagegen? Ruf doch Polizei. Okay. Polizei, Junge. Ich wechsle Straßenseite. Der T20 ist so schnell, wenn man da vor den Verlierer gefahren ist. Es ist nicht so geil, wie es sich anhört. So, kommen sie ran. Marvin, mach deine Beine breit. Jetzt ist Zündung. Jetzt ist Zündung. Hä, jetzt fährt der auf einfach ein anderer Supersportwagen einfach mal so casual, währenddessen rennt sie die Straße lang. Oh fuck, aua. Oh shit! Oh, Verkehr ist ja einfach einfach, okay. Aua, 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 aua. Dein... Mal was, das ist meine Kurve. Verräug dich. Nein! Alter, der ist so schnell. Ey, ohne Schießen, ohne Schießen. Marvin, seit wann haben wir die gleiche Farbe wie ich? Nur Skill. Ich hab's wrong. Mit Ram, aber ohne Schießen. Achso, mein Getune hat's auch oder? Wow! Wow, Alter, was war das? Das war ein bisschen strange, war das. Uuuuh. Nee, auf der Seite nicht. Oh fuck, Alter, beginnt schon da oben. Da waren wir. Und jetzt kommt der Warbur. Bei dem in die Höhe. Ja. Ich hatte irgendwie ganz wenig FPS direkt auf der Anfahrt. Oh mein Gott. Oh shit! Ich glaube, die hatten wir schon, oder? Die hatten wir schon mal. Ich hatte sie noch nicht. Dann machen wir sie mit denen, ja? Machen wir sie mit denen, dann ist er durch. Ich! Let's try! Easy! Danke mal, Bruder! Hab ich sehr gefreut! Gute Fahrt! Der wird da direkt weiter jetzt! Zeig das allen! Ich wünsch ihnen auch! Ich wünsch ihnen auch! Ihr habt ja alle Firstfri, oder was? Diese scheiß NPC-Autos! Verpisst euch ihr! Mann, Alter! Ihr habt noch keinen Einwesen, hab ich aufgefahren auf diesen scheiß War Ride! Was? Noch keinmal? Ja, aber immer davor, entweder ihr habt mich runtergedrängt oder irgendwas anderes war. Und ihr habt's schon alle geschafft, oder was? Aber ja, Mann! Beklo hat die Rache der Haftbomben! Ich sag mal einfach nix dazu! Ich muss! Mach weiter! Mach weiter! Mach weiter! Letzter Runde einpacken! Mir ist die Erleuchtung gekommen! Das kann nicht wahr sein, Alter! Kroll ist die Lösung! Das kannst du bei Marvin machen, aber nicht bei mir! Kroll ist die Lösung! Und ich bleib hier hängen! Aber dann machen sie beide, ja? Ey, mach's doch beide! Lena, du hast einen Auftrag! Du musst Cam aufhalten! Ja, äh, pfff! Ich hab jedes Mal hier, äh, ich versteh nicht warum, Ultra die FPS... Alter, wenn ich jetzt nicht den Punkt bekomme... Und? Ich hab Ultra die FPS-Probleme, wenn ich start... Wenn ich auf den auffahre, dann wird's immer ultra ruckelig! Okay! Ich weiß nicht ganz, woran es liegt! Und dann! Nein! Hat Athena überrundet! Ey, ich hatte zu wenig Speed! Weil da so ein Auto im Weg war! Wuh! Warte, das müssen wir mal wegschneiden! Mir ist auch aus der... Aus der Auffahrt ein Auto entgegengekommen! Der einfach so... Aus der Auffahrt ausgetaucht... Aufgetaucht wird, ey! Das liegt ordentlich überholt! Leider echt so ein ultra kurzes Teil! Nein! Das war's, Mann! Ey! Athena, es tut mir fast schon leid, dass ich dich überrundet hab und ins Ziel gefahren bin! Alter, da war doch ein Pfeil hoch! Ah! Ah! Du hast einfach eine Einfahrt gefahren! Wie geil! Da war doch ein Pfeil hoch! Du Ficklappen! Mann, Alter, die haben solche Willen hier! Ey, diese Scheiße! Das sieht aus wie eine Straße dann schon! Ey! Ey! Das ist wirklich so! Wow, wow, wow! Alter, wie viele Autos hier sind! Ja, Mann! Ja! Ich muss hier durch, Leute! Ich muss hier durch! Bitte alle abhauen! Danke! Hier, immer FS-Probleme! Ultra! Den kann man kaum lenken mit diesen FS-Problemen! Oh! Nein! Da können wieder Autos! Du hättest zweiter werden können, Dehner! Ich kann diesen Aufwand nicht ordentlich machen, weil ich hab Ultra-Slowdowns! Ich verstehe das nicht! Ey! Nur direkt bei der Aufwand! Soweit ich's rauchen, geht's auch wieder eigentlich! Ich hoffe nicht! Hast du deine Render-Programme noch offen oder irgendwas? Nein! Nichts! Ich hab auch ganz gute FPS! Go, Nico! Wo ist der Raketenwerfer? Nein! 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 So! Ich fliege ist das Ziel! Sorry! Ich kann's nicht kontrollieren! So! Next one! Das ist sehr merkwürdig! Aber du fährst ja auch hier grad Käse auf! Liegt's an den F-Ball? Jaja! Ich... Mann, ich will ja halt drauf kommen! Verdammt! So! Schnell! 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 Dann muss das werden! Puh! Puh! Was für ein Kack-Rennen! Was für ein Kack-Kack-Rennen! Komm! 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 Und dann so ne Scheiße zwei miteinander! Marvin hat es nicht geschafft! Knappe Kiste! Wenn euch diese Folge gefallen hat heute! Waren verrückte Rennen dabei! Ein Hoch und Tief der Gefühle! Und dann ein Dormlein oben da lassen! Auch die anderen besuchen! Natürlich 11.000 für so ein kurzes Rennen! Wir haben für die 2 Stunden Level Asian 7.000 gekriegt! Mit 2 Minuten! 11.000! GG! Weil der läuft! 3.200 Wettgewinne! Danke Dena für die 10.000! Und ich wünsche euch einen schönen Tag! Macht's gut bis dann! Ciao! 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 Vielen Dank.